Ja, Halli, Hallo liebe Livestream-Freunde, ich bin Satenshi, heute ist Donnerstag und heute gibt es wieder einen Livestream, heute aber eine kleine Änderung, passt auf, ich will heute 17 Uhr anfangen, noch ein bisschen eher, warum nicht? Und ja, wir spielen heute ein bisschen Megaman, Megaman 2 würde ich gerne nochmal durchspielen, das schaffen wir auf jeden Fall, wir haben ja Megaman 1 auch schon durchgespielt, also schaffen wir die 2 auch noch und irgendwann die 3 und die 4 und die 5 und die 6 und die 7 und die keine Ahnung wie viele folgenden Teile es da gibt. Das werden wir heute machen und dann mal gucken, was ich noch so im Gepäck habe, ist ja Singleplayer-Abend und keine Angst Leute, am Donnerstag müsst ihr kein Megaman oder Retro-Games quasi in dem Sinne erwarten, denn ich würde gerne Dienstag zum Streaming-Tag miterklären. Ja, und zwar würde ich dir nämlich gerne den Retro-Dienstag nennen, wo ich alle meine schönen Retro-Games spielen kann, ohne dass ich irgendjemanden auf den Schlips trete, der dann sagt, Oh, die Grafik ist total scheiße, das Spiel ist total veraltet. Ja, da kann man dann sowas spielen wie Megaman oder von mir aus auch mal ein schönes Rollenspiel durchspielen, da habe ich richtig Bock drauf und ja, deswegen werde ich den Dienstag auch noch mit einführen. Oh, das wird voll witzig dann, Dienstag, Donnerstag und Samstag immer streamen und ja, aber wie gesagt, erstmal heute Donnerstag 17 Uhr geht's los. Ja, also bis gleich! Bis gleich!